Gute meine Freunde und es geht ab nach Hause. Wir müssen zu unserem Heißluftballon, weil wir dieses wunderbare Fluggerät hier nicht benutzen können. Ja, wir haben uns dazu entschlossen, die Gefangenen sollen hier weiter vermodern. Ja, ja, hat nicht wirklich Sinn, dass wir jetzt noch ein, zwei Stunden hier durchs Schloss touren, um alle Jungs zu befreien. Wir sind ein Team, Jungs. Ich sag mal, unsere Primärziele haben wir sauber erreicht, hatten viel Spaß dabei und ich glaube, damit soll es dann auch getan sein, oder? Ja, sehe ich aus. Wir müssen unterwegs noch den Scharfschützen einsammeln. Oh ja. Ja, die stinken noch irgendwo vor sich hin. Der Scharfschütze ist wahrscheinlich eingewachsen. Oh, der macht seinen Job. Oh, Treppe, renn, 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 renn. Hui. Sage mal, so, ja, wo ist das Tor nach draußen? Das war die Frage. Oh, du sprintest halt durch, ich schaue, ja, ich glaube, der Weg ist gut. Ja, da oben ist es noch ein Scharfschützer. Äh, hab ich nicht gehört. Ach, wo ist mein anderer Kollege hier, der kommt gar nicht mit. Ich bin es, Sir. Zu befehl, Sir. Warten auf Befehle. An die Arbeit, Jungs. Was haben wir denn hier gelandet? Ja. Haben wir hier schon mal? Ja. Ach, hier, hallo. Er pennt immer noch fröhlich vor sich hin. Ich schon. Oh, was? Wir haben Krach gemacht. Nein, nicht er schon wieder, der Unbesiegbare soll. Ach, jetzt geht das? Halt's Maul. Okay. Äh, da. Wir sind ein Team, Jungs. Sicher das? Du rennst so selbstsicher rein? Ups. Oh ja, richtig. Wir sind ein Team, Jungs. Was geht das hier wieder los? Tür auf, Tür zum, Tür auf, Tür. Oh. Ich hätte noch Gasgranaten, aber das können wir uns alles sch... Ja, danke, dass du... Ich bin auch mal weg. Tschüss. Tschö. Bin schon weg, Sir. Warten auf Anweisung, Sir. Wir sind ein Team, Jungs. Ich erhobe, bist du jetzt hin? Sind auf dem Weg. Raus. Treppe runter, raus. Wir sind ein Team, Jungs. Sind auf dem Weg. Zu Befehl, Sir. Das ist mein Auftrag. Das war's. Warten auf Befehl. Wir werden es gut machen. Treppe runter, raus, ja. So. Du kommst auch mit? Da ist er. Oh. Flash. Ich bin bereit. Überlass das mir. Na doch, ich glaube, hier können wir lang. Dann müssten wir durch den Gang, wie wir den Murray reinbekommen haben, zurückkönnen. Ja. Ach, da steht der Heißluftballon. Kann man rein? Wir sind ein Team, Jungs. Ganz unnauffällig. Folg mir. Ich glaube, vor der Tür rennen noch ein Wachmann rum. Pass mal auf und guck mal bitte erst mal. Ja, alles tut ihm. Wir sind ein Team, Jungs. Folg mir. Los, Jungs. Ja, jetzt hast du noch deinen Schnipper. Wo seid ihr denn? Da. Und wo muss ich mit ihm hin? Zum Heißluftballon. Oh Gott. Das ist dann doch ein bisschen unangenehm, oder? Oh, das wird noch ein mieses Stück, du. Ich überlege gerade, ob ich mir halt den Ding ins Rüber hole. Da steht auch ein Scharfschütze, der die Brücke im Blick hat, ne? Ja. Oben auf dem, äh, auf dem Vorschrung der Burg da. Ich speichere erstmal eben, ja? Bevor du jetzt da wild rumschlägerst. Tja, wie komme ich da hin? Da fragst du mir was. Stimmt, der Scharfschütze hat die Brücke im Blick. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, äh, ob es funktionieren könnte. Wie war das bei den Fahrzeugen? Wenn der Spion fährt, können die anderen sich da reinducken? Das kann sein, ja. Ich glaube, so haben wir das gemacht, auch das letzte Mal. Dann müsstest du dir den Kübelwagen da oben dir besorgen. Das ist ja jetzt nicht das Ding mit der Offizie-Uniform. Wo ist der Kübelwagen denn? Du kannst natürlich einfach durch, äh, das Schloss wieder durchgehen, ne? Hier steht, ähm, wenn du am Haupteingang von dem Schloss bist, über die Brücke, steht der da vorderer Tür. Äh, äh. Mach die Karte auf in der grüne Punkt oben am Rand. Hast du ihn gefunden? Ja. Du könntest es auch einfach auf Risiko machen. Du wählst den Spion aus und klickst da hin und guckst, wo er ankommt. Warte mal. Ach, Alter. Oh, da steigen wir jetzt einfach rein. Ah, jetzt weiß ich auch, wie wir den damals, den Green Beret, da reinbekommen haben. Ich habe, glaube ich, das Fahrzeug geklaut und dann sind wir da einfach hingefahren. Sicher das? Ja. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber wir mussten auch den Fahrer dabei... Du läufst den großen Weg jetzt, ne? Merkst du? Äh, okay. Ja, du musst nur mit den Offizierern draußen aufpassen, an dem, äh, Fluss. Das wäre sonst, glaube ich, sehr aufwendig, den Scharfschützen da durchzubekommen, oder? Ja, ich glaube auch. Dann kannst du besser in das Auto holen. Und dann ist das relativ schnell gegessen, das Thema. Das ist wahrscheinlich der einzige Knackpunkt, oder der eigentliche Knackpunkt an der Mission. Wie schaffst du es, den zurückzuholen? Okay, speichern nochmal, bitte. Ja, okay. So. Ach, die beiden Freunde. Ist natürlich auch die Frage, wie das mit den Offizieren ist, wenn du Auto fährst. Ob die dich ja noch so schnell erkennen, ne? Das weiß ich nicht. Werden wir ja sehen. Für dich fahre ich's halt platt. Na, 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 na. Na, komm. Ach ja, die sind ja alle gar keine Gefahr mehr. Ja, ich kann da eigentlich relativ entspannt durchlaufen. Ja, du musst jetzt nur gucken, wie die sich wieder am Wasser halten und gut ist, ne? Ja, jetzt kommen gleich wieder die Patrouille. Die sind, wo sind die Burschen denn? Ich glaube, gerade hinter der Kirche. Geh mal. Warte mal. Jetzt kommen sie hinter der Kirche vor. Ja. Ich muss gerade mal gucken, wo ich eigentlich hinlaufen muss. Ist auch da. Ja, ja. Jetzt laufen sie schön im Kreis. Im Entenmarsch. Ganz den Tag, immer im Kreis. Hui. Kein Wunder, dass man da nur ein bisschen bekloppt wird. Pass auf, dass sie ihn nicht sehen, wenn die Sicht jetzt schwenken. Alles, Tutti. Ah ja. Oh nein. Du bist ein Klon, ey. Was ist denn das für was? Das interessiert dich nicht. Zieh dich um und geh weg. Zieh dich um. Das interessiert dich doch. Und damit wir mit dem Laden. Ja, ich möchte anmerken, schwache Leistung. Aber, naja. Kann ja mal passieren. Du kannst auch einfach ganz geradeaus vorbeilaufen. Oben durch die, hinter den Häusern der Fabrik lang. Weil da steht kein Offizier, kein gar nichts im Weg. Weißt du, wo ich lang mein? Warte, ich guck gleich. Einfach jetzt quasi am Kartenrand halten und immer weiter am Kartenrand langlaufen. Mhm. Hinter den Fabrik landelang, an den Kindern vorbei und gut ist. An den Kindern? Mhm, das sind irgendwo ein paar spielende Kinder rum. Pff. Ich hab' mir Liebe gemacht. Ja, 2001 durftest du auch noch bei Computerspielen sowas machen. Da musst du nicht Angst haben, dass wenn du Kinder und Tiere machst, dass du sofort als irgendwie ein Geisteskranker abgestempelt wirst. Pff. Wo war das? Arm des Holt? Mit den Schafen oder was das war? Wo sich Peter oder wie sie alle hießen eingeschaltet haben. Um die armen Tiere. Muss mal gucken, wie krank das schon mittlerweile ist. Ach, ich möchte nicht wissen, was der Hunter für Probleme hatte. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, der Plan geht auf. Ja, äh, speichern mal. Ich bin mal gespannt, was die beiden Burschen sagen, wenn ich denen die Karre abziehe. Naja, auf jeden Fall sollst du nicht unbedingt vorwärts, äh, mit Spaß in die Reihen fahren. So, jetzt geht's los. Höglis Fahrstunde. Ich hefte mal die Kamera einfach drauf. Was versuchst denn du? Da kannst du nicht lang, Meister. Da ist der Fluss im Weg. Na ja, auch kreativ, auf jeden Fall. Also, das möchte ich jetzt nicht. Ich seh' nix. Einfach fahren, die weichen schon aus. Okay, jetzt wird's echt schwierig. Oh, du wurd schon entdeckt. Ja, ich würd sagen, das vermasselst du eh. Nö. Links lenken, links lenken. Da, oh, er wischt wieder die Säule. Drück drauf. Fahr, gib, gib. Bring mal die Leute mal in Sicherheit. Oh, gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi. Drück drauf. Ich glaub, ich hab keinen Beifahrer, oder? Ist der Schütze da drin? Jetzt ausspringen und nichts wie weg. Komm, lass uns ausbüxeln. X, glaub ich. Den anderen Burschen auch mitnimm. Oh, der ist fast tot. Ja, trotzdem. Noch lebt er. Nichts wie raus. An die Arbeit. Dafür ist dir niemand ausgebildet. Oh, ja. Endlich geschafft. Sehr schön. Ja, ich muss sagen, das letzte Stück war echt das Schwierigste. Die Flucht ist dann noch schwerer als die Mission anscheinend. Wunderbar. Das war Kommandos. Schloss Kolditz. Zwei Stunden, elf Minuten, zwei und fünf Sekunden hat's gedauert. Oh, nicht gute Zeit. Ey, wir haben nur 19 Mal geladen. Krass. Trotz meiner geistigen Aussetzung. Ich sag mal, alleine dem einen Gebäude, was ist das für den einen Raum? Bestimmt fünfmal, oder? Ja. Ja, das war ja gar nicht so schlecht. Leider keine drei Sterne bekommen. Neutralisierte Feinde. Ohne zu schießen. Wir haben noch nicht einmal geschossen. Was soll das? Ohne zu töten. Ja gut, unverletzt. Ja. Gut, ja. Unentdeckt. Es geht. Aber zum Schluss versaut, ja. Ja gut, aber daran, dass wir halt bei der Einserzeit fünf Abzeichen bekommen haben, siehst du, wie lange das eigentlich, glaube ich, sonst dauert, wenn du es anständig machst und wirklich jeden Raum durchsuchst, jeden Soldaten umschlägerst und... Ja, das war auf jeden Fall. Gut, ich denke mal, wir können zufrieden sein, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.